Was war Ihre Forschungsfrage? Die Forschungsfrage war, welche Rolle spielt die neue Organisationsform in der MitarbeiterInnenbindung? Wie sind Sie denn zu diesem interessanten Thema gekommen? Einerseits durch viele Gespräche bei meinem Arbeitgeber, aber auch weil mich natürlich dieses Thema MitarbeiterInnenbindung schon sehr umtreibt, gerade durch den demografischen Wandel und diese Metathemen in der Gesellschaft war mir das Thema recht ein Anliegen und hat sich dann auch gut mit dieser neuen Organisationsform zusammengepasst. Und wie sind Sie genau zu dieser Forschungsfrage gekommen? Im Gespräch mit meiner Betreuerin natürlich einerseits und genau, also eigentlich habe ich mir dann angeschaut, wie kann ich die beiden Themen gut verbinden und dann war mir klar, ich kann keine Kausalitäten nachweisen, sondern Korrelationen und so ist dann meine Forschungsfrage entstanden. Ich habe sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu ihrer Situation im Homeschooling gefragt, welche Lernsituationen vorherrschend waren, welche Lernstrategien sie beim Lernen angewendet haben und welche Chancen und Herausforderungen sich herauskristallisiert haben. Klingt ja sehr interessant. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Es war die aktuelle Situation, die vorherrschend war. Die Corona-Pandemie war da, es haben sich neue Lernsituationen ergeben, generell Situationen im kompletten Alltag und mir war es auch wichtig, einen Blick auf die Schülerinnen und Schüler zu werfen, weil es die auch betroffen hat. Meine Forschungsfrage lautet, inwiefern beeinflussen bestimmte Arbeitszeitmuster von Frauen ihre Chancen und Risiken in Bezug auf Karriereentwicklung? Spannend. Wie sind Sie darauf gekommen, auf diese Frage? Ja, ich muss ganz ehrlich sein, eine Forschungsfrage zu formulieren ist gar nicht einfach. Das stellt für mich persönlich immer eine große Herausforderung dar. Was für mich hilfreich war, ich habe schon vorher viel über das Thema gelesen. Ich habe mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Das war sehr, sehr hilfreich. Dann habe ich mir überlegt, habe ich mir selbst Fragen gestellt und ich habe mich gefragt, wer, was und wie, was, wer, zum Beispiel Frauen oder Männer, was, Arbeit, Arbeitszeitmuster, Teilzeitbeschäftigung in Österreich und ja, genau, das war das Erste, was hilfreich war. Dann, es war hilfreich, die Teilaspekte des Themas zu betrachten und zu überlegen, zum Beispiel möchte ich Teilzeitbeschäftigung von Frauen nur in Österreich untersuchen oder international und das hilft, die Forschungsfrage zu fokussieren. Meine Forschungsfrage lautet, wie konsequent wird geschlechtergerechte inklusive Sprache auf den Websites der österreichischen Fachhochschulen eingesetzt und dargestellt? Das klingt sehr spannend. Wie sind Sie denn auf diese Forschungsfrage gekommen? Das hat mehrere Beweggründe gehabt bzw. mehrere Startereignisse sozusagen. Also einerseits interessiere ich mich einfach für Sprache, andererseits bin ich beruflich bzw. durch meinen Bachelor schon etwas auf das Thema sensibilisiert. Und den richtigen Impuls hat dann ein Projektmeeting, das ich im Rahmen des Masters auch durchgeführt habe. Und in dem hat sich eine Gruppe von Studierenden, von weiblichen Studentinnen als Expertengruppe bezeichnet. Und das hat mich dann dazu bewegt, mich mal genau mit dem Thema zu beschäftigen. War es recht herausfordernd, diese Forschungsfrage zu generieren und herauszufinden, was jetzt genau die Forschungsfrage sein wird für Ihre Masterarbeit? Also jein, die Forschungsfrage mal grob zu skizzieren war relativ einfach, aber dann die Feinheiten wirklich auszuarbeiten und auch so zu beschränken, dass es im Rahmen einer Masterarbeit durchzuführen ist, war schon etwas herausfordernd. Genau, die Forschungsfrage, das gesamte Projekt ist unter dem Titel MEGA gestanden, was so viel heißt wie Mitglieder reichen, Gewerkschaft aktivieren. Und da war die grundlegende Forschungsfrage, was sind die Motive der geringen Beteiligung an der Gewerkschaft beim universitären Personal, beim wissenschaftlichen Personal. Interessant. Wie sind Sie auf diese Forschungsfrage überhaupt gekommen? Es war eigentlich der zeitliche Bezug, sprich, es haben Gehaltsverhandlungen stattgefunden, Kollektivverdrucksverhandlungen stattgefunden. Und die sind damals nicht wie gewünscht ausgefallen und dann haben uns wir angeschaut, okay, was steckt dahinter, warum ist die Gewerkschaft vielleicht in diesem Bereich nicht so stark. Und so sind wir auf das Thema gekommen. Ja, die ist zweigeteilt. Zum einen geht es mit darum, welche Ungleichheit und Diskriminierung zeigen sich überhaupt in der Polizei für die Minderheiten, also was erleben sie. Aber im zweiten Teil wird es auch darum gehen, sich anzuschauen, wie reproduziert sich das Ganze eigentlich. Also vor allem mit Blick darauf, dass es eigentlich rechtlich, gesellschaftlich, politisch immer weniger Ungleichheit geben sollte, immer weniger Diskriminierung. Es wird Diversity gefördert, Gleichstellung, aber man merkt einfach trotzdem, Ungleichheit und Diskriminierung existieren fort. Und deswegen frage ich mich, welche Formen gibt es und warum existieren die nach wie vor? Sehr spannendes Thema. Wie sind Sie auf diese Forschungsfrage gekommen? Ja, das hat sich irgendwie so ein bisschen entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich beschäftige mich irgendwie seit dem Bachelor mit dem Thema Polizeiforschung. Da sind wir irgendwie spontan reingerutscht, weil eine Kommilitone meinte, ach komm, für das Interviewseminar. Ich habe da irgendwie mein Vater arbeitet bei der Polizei, vielleicht können wir das da irgendwie machen, wäre das total spannend. Und irgendwie habe ich gemerkt, es interessiert mich das Thema, habe dann immer weiter darüber gearbeitet, darüber nachgedacht, geforscht, gelesen. Und dann, als ich für die Promotion überlegt habe, dachte ich mir, nee, da möchte ich gerne nochmal anknüpfen. Die Forschungsfrage war, welche lernförderlichen Aspekte, die aus der Lehr-Lernforschung kommen, ebenfalls in Augmented Reality-Lernumgebungen Anwendung finden. Und wie sind Sie zu dieser Forschungsfrage gekommen? Na ja, ich wollte etwas mit dem Thema E-Learning machen und natürlich auch mit dem Thema Augmented Reality und da hat das einfach sehr gut zusammengepasst. Und das ist auch ein erster Tipp, den ich Studierenden mitgeben kann, wenn Interesse für ein Thema besteht und man sich da wirklich viel damit beschäftigt, dann fällt es natürlich umso leichter, da entsprechende Forschungen auch anzustellen. Gibt es irgendwelche speziellen Tipps, die Sie haben, wie man zu einer guten Forschungsfrage kommt? Aus meiner Sicht ist das Erste eben, dass man mal Themen identifizieren kann, die für einen selbst relevant sind und die man gerne bearbeiten möchte. Man beschäftigt sich ja doch eine Zeit lang mit seiner Masterarbeit. Und dann geht es darum, dass man wirklich das Ganze in einen Rahmen gießt und schaut, welche Studienform mehr oder weniger, oder welches Studiendesign möchte ich bearbeiten und wie kann ich die Forschungsfrage dann entsprechend formulieren. Hinsichtlich der Forschungsfrage ist es wichtig, vielleicht auch Unterfragen zu formulieren, dass man sich dem Thema wirklich bewusst wird, was will ich wissen, was ist auch wesentlich dazu und dass das Thema zum einen groß genug ist, dass man ein super Projekt draus machen kann, aber zum anderen nicht zu groß, dass man wirklich speziell in dieses Thema reingehen kann. Mit einem Thema erstens einmal auseinandersetzen, was mich interessiert oder was einen interessiert. Dann ist es auch immer wichtig, dass man eine State of the Art Recherche macht, also dass man sich quasi den Forschungsstand ansieht, was gibt es bereits und dann vielleicht sich die Lücke sucht, dass zum Thema das einen interessiert, dass man da dann näher hineingeht und sich das näher ansieht. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben auch schon den Forschungsstand ansieht, sich ansieht, was gibt es da bereits und dann daran weiter arbeitet. Vorher ausreichend mit Literatur auseinandersetzt, schaut, wie ist der Stand der Forschung, gibt es noch wo vielleicht Lücken, muss ich wo mein Wissen noch dazu auffrischen, genau um dann wirklich gut in dieses Projekt starten zu können. Ein weiterer Tipp, der mir sehr geholfen hat, ist ein Thema zu suchen, mit dem man sich gerne selbst beschäftigt und das auch noch in einem Jahr interessant ist. Ich glaube, das Wichtigste war diese Fragen zu stellen. Okay, was möchte ich untersuchen, was ist Gegenstand meiner Untersuchung, wo, vielleicht sogar, wo möchte ich das untersuchen, wie möchte ich das machen. Das war das Wichtigste, würde ich sagen. Und die Auseinandersetzung mit der Literatur im Frühjahr hinein. Genau, schon vorher. Ich würde immer empfehlen, dass vielleicht man für Bachelorarbeit ein Thema auswählt, worüber man schon geschrieben hat. Zum Beispiel eine kleine Seminararbeit oder sowas. Und ich finde auch immer wieder gut, dass man auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen oder mit Freunden, Familien, Bekanntenkreis, dass man darüber redet, weil oft ergeben sich dann aus so einer groben Idee, wenn man noch keine konkreten Ideen hat oder auch kein konkretes Thema hat, dass man sich da intensiver damit auseinandersetzt und mit denen einfach einen Austausch hat und darüber spricht. Weil gerade durch diese Gespräche ergeben sich oft dann die besten Forschungsfragen und Ideen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.